Ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander, also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein. Also, laut schriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf das zu Ihrem Tisch führen. Oh mein Gott, das sitzt mein Chef. Ich habe einen Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 mein Chef darf ich... Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich habe ja gedacht. Das ist der... Bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nichts. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht zu Fülle, ich Ihnen, oder? Was? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Nein, ich habe schon einen Schlüssel. Bis zum nächsten Mal.